Was denkst du? Ist es SA? Komm, dann trägt man die Auflage. Dreh hoch, dreh hoch, dreh hoch. Und? Reißwein. Das ist richtig gut. Endlich mal eine, wo nicht nur die Auflage da liegt. Ist das ein Glück. Ah, ist schön hinten aufgebogen. Der Dorn ist weg. Was geht los, Alter? Oh, die ist noch super. Die ist richtig gut. Super. Toll. Der Länger dringt dir alles fallen lassen. Und zack. Die Auflage ist voll. Guck mal. Super. Auch ein geiler Boden. Schön zandhaltig. Schön. Blick rein. Auflage drauf. Jetzt hast du mich angepasst. Das war so geiles Signal. Haken wir jetzt drauf, oder nicht? Ja. Ich sag drauf. Leider. Leider. Egal, egal, egal. Das sieht so geil aus. Das ist richtig geil. Sieh das Ding. Alter. Ich bin jetzt kurz weiter. Das Ding ist auch reingescheppert. 90, 90. Das habe ich fast nie solche Signale. Alter, Hansel. Richtig besonders für mich. Alter, schau mal hier hinten noch. Schön. Ich hab ihn auf. Ich hab ihn auf. Ich hab ihn auf. Das ist ja. Ich hab ihn auf. Toll. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 hallo die störmaschine danke ja sieht so aus alter schön darüber über den kram da vorne an dem baum da hat einer 100 das könnte eine kodierte sein als rote und dann fängt das für striche da haben sich die träume die vorhersagen ich bin durch bis zum ende aber nicht da kommt noch ein kleiner tannenwald da ganz hinten und da hatte ich mal ein bisschen goldpapier auch wieder ein bisschen zentral da haben sie vielleicht nur ganz kurz immer was gegessen und dann wieder hergekommen oder so wir sind komplett bis vorne zur straße also hier so dann bist du schon eine straße kommt auch da links und wenn das jetzt nicht entlazifiziert ist dann ist es richtig geil ich glaube das ist hier sind ja eigentlich alle die waren ja schon lange im gefangenschaft die waren hier schon länger im gefangenschaft egal man darf nie die hoffnung aufgeben das scheiße gelaber gehört dazu ne wahnsinn plumpst das einfach so da raus da vorne aus der ecke der ist einfach da rausgefallen oh da hinten noch was siehst du das sieht so aus da 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 ja schade das sah gerade echt so aus mach weiter ich hab mich mal neben den sascha dran ja ich will losen alter machen sie mal weiter gutes kino da kraft das alu ding nicht sonst macht das noch mal einer auch da machst du richtig schön auf der hälfte ungefähr damit ich auch gut reinkomme schmeiß die koppel auch rein hä ha 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 wo ha 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 jetzt geht es weiter dreimal luftwaffe es gab sogar transporteinheiten die hatten kodierte transport kompanie in zbv das war auch alles kodiert vom herr warum das so transportanhalten ist das nicht logistik noch schub oder was ist das kann ich jetzt nicht sagen warum Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020